So, willkommen zurück zu Generation Zero, auch mit Andi. Wir haben das Spiel jetzt mal neu gestartet und hoffen, dass das jetzt in Ordnung ist, weil ich vorhin unabsicht mal auf Guerilla geklickt hatte. Da hat er das dann für voll genommen. So, wir haben immer noch die Ackerlandregion zu killen, in der wir uns befinden. Und da ist Ulfen, der Gebieter von Hemereneth. Ist mir egal. Also, den hatten wir ja schon. Können wir auch getrost liegen lassen. Andi hat mir ein paar Medikits gegeben, dadurch habe ich jetzt wieder welche. So, als Info. Entriggert haben wir den Penner noch nicht, gut. Ich glaube, der hat doch eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Eintagsfliege. Wir müssen ungefähr in die Richtung, wo die 1 jetzt ist. Das wäre die Mitte der Ackerlandregion, nicht das, was wir verlassen. Wir haben auch gar keine Quizme an, kann das sein? Felsflugsplan Bunker Sorgen. Suche nach dem Kommando-Bunker in der Ackerlandregion. Ja, wundervoll. Toll. Kannst du hier einfach suchen, warte mal. Gesamtverteidigung, ne. Musst du echt einfach suchen. Na, tolle Wurst. Hatten wir nicht vorher eine andere offen? Lexusplan Bunker merken mit den drei NPC. Nö, eigentlich hatten wir das Ding offen. Ne, wir sollten drei Fuzzis töten, um Zugangscode zu erhalten. Jetzt müssen wir also auf den Wegen bleiben, damit wir überhaupt den Bunker finden. Ich bin nicht bei dir. Ich bin noch zurück, ich war noch im Quest. Weißer, also eher neutral. Ah, da hinten sehe ich sie flitzen. Aber wir müssen ja jetzt in den Kommando-Bunker in der Ackerlandregion finden. Loco 0. Drohne. Hier rechts neben uns ist Ena. Läufer. Drohne ist down. Läufer, komm. Schießen doch. Sehr gut. Da hinten schießen wir was. Ja, da ist noch ein Läufer oder so. Ja. Er kommt. Irgendwo sollte jetzt hier auch eine Drohne liegen, die ich gerade abgeknallt habe. Die habe ich gerade abgesiegelt. Hier ist er bei mir. Ach ja. Mal müssen wir auf der Straße bleiben, um das Bunkernetz zu finden. Vielleicht kriege ich mir bloß mal eine Beute von hier bei dem holen. Weil die auf dem Hof liegt. Taschen. Du schiebst ihn gleich weg? Ja, ich war die Tür aufgemacht und du hast mich direkt weggeschoben. Deswegen bin ich einfach weitergegangen. Gelbe. Ich habe Metz. Ich habe schon wieder eine Drohne. Down. Hier ist immer noch einer irgendwo. Ja, da hinten. Da oben ist ein Läufer. Er kommt. Es ist zwei, drei. Hier in Deckung. Laden. Okay. Okay. Da kommt wieder einer am Berg runter. Zwei. Down. Kampf gewonnen. Na gut. Wir sollten aber auf dem Weg bleiben, damit wir diesen Bunker da finden. Irgendwie wird er mir nicht auf der Karte angezeigt. Also ich kann nicht sehen. Was ist das denn hier? Verzugsplan. Dunker Sorgen. Doch, er wird angezeigt. Wunderbar. Wegpunkt setzen. Das geht nicht. Direkt da drauf. Wegpunkt setzen. Direkt daneben habe ich eingesetzt. Juhu. Üben konnte ich den nicht sehen, war ich der Meinung. Na egal. Hier haben wir einen Bot. Abgesperrt. Hier ist eine Muni-Kiste. Im Bunker sind zwei Lootboxen. Eine Tasche und eine Kiste. Endlich haben wir den Wegpunkt. Dann mal ran an die Buletten. Dann mal ran an die Buletten. Dann waren wir doch schon, oder nicht? Keine Ahnung. Wir haben doch hier alles schon... Ohne einmal gemacht. Zerstörte Panzer. Natürlich sind die Leichen wieder lootbar. Zerstörte Panzer. Hinten ist noch eine rote. Eine blaue, besser gesagt. So. Wo ist der Marker? Wo ist der Marker? Da. Ach, wir haben einen Zaun vor der Nase. Ach, wie sehr ich doch Zäune liebe. Hier geht es nicht raus. Wir müssen zurück zur Straße. Das ist wahrscheinlich derselbe wie eben der Zaun. Nee, 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 Flugplatz sind wir ewig weit von weg. Okay. Ich muss jetzt hier irgendwo weitergehen. Oh Mann, ich vermute, du könntest echt recht haben. Ja, das ist das Flugplatzgelände. Und das müssen wir eh rum. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Du hast recht gehabt, Flugplatz. Solange wir nicht wieder an der Selbststelle rauskommen wie eben. Nee, können wir ja großräumig umlaufen, wenn wir wollen. Ah, guck mal, hier kommt man rüber. Ja, willst du das? Zu spät. Ja, jetzt müssen wir hier eigentlich raus, weil wir müssen ja. Na gut, darüber. Nur eine Mission. Hoffen wir mal, dass wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Da unten ist der Lobwaffenstützpunkt. Boah. Und wir waren, glaube ich, auf der anderen Seite vorhin. Mhm. Flugfeld. Mann, die hat eine schlimmere Raucherlunge als ich. Ja, toll. Wir müssten hier wieder raus. Komm, wir kommen gleich da vorne. Ist wieder die großen Robbys alle. Hm. Nicht irgendwas in der Nähe? Nee. Man sieht auch den Zaun. Warte mal. Ja, man kann auf der Karte auch den Zaun sehen. Und hier. Ja. Das geht nicht. Nein, darüber ist nicht. Ob wir so weit sind wir hier noch nicht ausgerüstet. Getriggert. Ich würde auch versuchen den Zaun aufzusprengen, aber es würde auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Und wer weiß ob das überhaupt geht. Wieder Trigger. Vorsicht, direkt vor uns. Ich sehe schon Bosse mit Namen. Wir sind verloren. Einfach mal ruhig halten. Noch keinen. Okay, interessant. Einfach weiter schleichen. Vielleicht klappt es ja. Jetzt hier. Noch keinen Trigger. Sind weit genug weg. Abkommen auf dem Tor. Scheiße, getriggert. Zurück, zurück, zurück. Immer noch. Rückgang ist weg. Und du? Ja, jetzt. Lass uns mal was versuchen. Was denn? Immer in die Richtung weiter, in die du gerade gehst. Ja, ich bin ganz dicht an den dreien. Weißer Trigger. Und jetzt? Ich habe keinen. Komm weiter zu mir. Nach hinten. Weg ist er. Nee, wieder da. War keine Ahnung, wo du bist. Ach, da. Hier. Hier ist eben die Patrouille durchgelaufen, ne? Ja. Ich kann versuchen, die hier rüber zu locken. Dann können wir da durch. Nein, 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 nein. Wir sehen, ob man die umlaufen kann. Hier ist klar, dass da vorne ein Riese ist. Der ist links von mir. Ja, genau. Aber wir sind noch weiter drin im Flugfeld, ne? Ja, ja. Wichtig ist, ob wir die Trigger links. Rechts. Ja. Lass mal wieder zurückschlagen. Ich habe Raketen, die kommen. Drohne. Weg. Langsam weiterlaufen. Der Trigger wird kleiner, ist weg. Gelber Trigger. Bei mir ist weg. Wird immer größer. Na gut, jetzt geht weiter, weiß. Ich würde echt versuchen, wir gehen Richtung Zaun. Und schmeißen von da aus, ins Flugfeld rein, ne Fackel. Damit die die Fackel attackieren. Weißt du, was ich meine? Nein. Also, ran am Zaun, so nah es geht. So weit nach vorne wie möglich, bis zum Trigger. Und dann schmeißen wir Richtung... Oh, schon Trigger. Richtung... Ja, hier ist schon Trigger. Ich nicht. Da läuft einer. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ist wieder die Patrouille von vorhin. Jetzt sind die vom Tor unten. Nein, die am Tor stehen drei große. Das sind kleine. Oh, Trigger wird größer. Weiß. Gelb. Bei mir nicht. Geht gleich vor uns. Er geht trotzdem weiter. Er guckt mich an. vom Gelb auf Weiß gewechselt sein, nicht? Das ist der Böse. Der guckt ihn direkt an. Ja. Versucht einzuschätzen. Vielleicht solltest du das Feuer auf die Seite da rüber schmeißen. Dann würden sie uns den Weg versperren. Wir müssen ja darüber. Ich will sie ja wieder rein... weiter reinlocken. Weißt du, was ich meine? Erstmal eben gucken, ob ich das... ob ich auch Feuerwerkskörper habe. Die sind noch etwas effektiver, glaube ich. Notsignal, Feuerwerkskörper habe ich. einen Platz zu weisen. Ich gucke gerade, ob ich nur noch welche habe. Dann kann ich dir die geben. Nee, ist okay. Habe ich alles. Selbstklebende Fackel. Feuerwerkskörper. Mhm, 17 Stück. Zwei kann ich dir geben. Ich habe 17, ist gut. Und ansonsten Notsignal. Nee, habe ich... Bleib dicht hinter mir. Okay. Ich werde jetzt gleich den Feuerwerkskörper zünden. Und ins Innere werfen. Oh, war ja sehr weit. Ja, guck mal da hinten. Können weiter vor. Interessieren sich nicht dafür. Noch was anderes. Ein Boombox? Ja, das hätte klappen können. Hast doch eins bei. Nee. Gucken gerade woanders hin. Okay, lauf. Lauf, 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 lauf durch. Ich bin raus. Gut. Kommst du da her? Ja, ja, lauf. Ja, ja, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ich habe Feuerwerkskörper in die andere Richtung gepfeffert. Folgen uns immer noch, aber die konzentrieren sich auf die... Ab in den Wald, links. Geht nicht, da links ist was. Rutzlicht. Okay, dann rechts. Da drüben ist, könnten wir hin. Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Ja. Haben wir. Die Feuerwerkskörper helfen. Die folgen uns. Die folgen uns immer noch. Gucken auf die Straße. Ja, ich sehe es. Lauf Richtung 1. Tue ich ja. Was hießen die denn? Mit so einer Art Min. Die Feuerwerkskörper scheinen sie aber wirklich ein Stück weit abzulenken. Die werden deutlich langsamer als sonst. Keine Ahnung, wo du bist. Ich lauf hier zum Haus. Ich bin auch beim Haus. Hier ist eine Scheune, die ist verschlossen. Komm zu dir. Hier. Das Ding geht auf. Komm rein. Bin drin. Gut. Okay, also die Feuerwerkskörper haben die definitiv verlangsamt. Die waren viel langsamer als gewöhnlich. Da kannst du nichts sagen. Nein, du warst bei mir gar keine Kussi jetzt. Ja, ich war noch von der Wand weg. Hm. Das ist eine Drohne. Ich werde mal eine Tür öffnen. Da kommt was. Vernichtungsmission zu für zwei. Da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ich durch die Tür öffne. Ja, geht. Ich habe den durch den Türspalt erschossen. Hier ist noch einer auf der Seite. Der ist down. Hier auf der Seite. Hier. Ah ja, Türspalt. Ich sehe ihn. Oh, gleich mit vor der Tür. Gut. Down. Noch eine Spinne. Auch down. Spinne, verdammt. Das ist noch ein dicker. Da ist er. Noch einer. Auch erledigt. Boah. What the heck. Ach, guck mal. Durch den Generator habe ich den geschrottet. Gut. Ah, noch einer. Ein Bombenwerfer. Kannst du den machen? Achtung. Okay, der ist down. Wollt gerade von hinten anlaufen. Trigger. Machen wir keinen Scheiß jetzt. Von Richtung Mond. Weiß ich nicht. Die Säcke looten. Wir haben viel mehr abgeknallt. Hier ist noch einer unter dem Vordach. Da. Danke. Boah. Aber ist gut gelaufen. Ja, da. Aber ist ganz gut gelaufen. Jetzt mal neben schuppen. Eine Moon-Kiste. Puh. Aber das ist echt gut gelaufen. Äh, sag mal hier. Oh ja, das brauche ich Donnerbalken. Moment. Aber erst lud ich die hier noch fertig. Wieder Munition. Oh, je, was liegt nie alle drum? Vor allem neue Waffe, ne? Wahrscheinlich die eine sammelbare Waffe. Malau, Pipi. Äh, Flintenschoke und Algös-Jack-Gewehr. So. Und da der Toilettenbesuch jetzt eine private Sache ist, sag ich danke fürs Zusehen. Und, äh, wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.